Antenne vor Einberg Stefan, du bist extra früher aus dem Wien-Urlaub zurückgekommen, glaube ich. Stimmt, ja, ich war in Wien im Urlaub und bin extra früher hergefahren, weil es ist einfach eine einmalige Chance zum dabei sein. Die muss man einfach nützen und da konnte ich gar nichts anders. Warst du schon mal beim V1-Rennen live dabei oder wäre das jetzt das erste Mal? Es war das erste Mal, leider war ich noch nicht dabei, aber es war immer schon ein großer Traum zum dabei sein und ich hoffe einfach, es klappt. Alle vier Kandidaten mit Startnummern sind positioniert auf ihren Bobbycars. Und drei, zwei, eins, los! Hopp, 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 hopp! Hopp, 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 hopp! Arsch! Jetzt kommt die Partei, ich fühl's. Als zweite kommt die Sarah ins Ziel. Die Ecke, die bleibt jetzt einfach bei kurzer Strecke zum Verschnuppen, gell? Hier wieder Keri, hast du gern nicht zu einfach gesehen, ja? Keri war es total. Aber das Bergeaufstück da, ist schon streng gesehen. Meine Füße brennen. Ja. 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 Vielen Dank.